Hallo Zebra! Wollen wir uns heute am Bananenbaum verabreden? Um Acht! Papagei, hast du das Fälle gesehen? Nein, habe ich nicht. Ich fahre auf den Aschen. Also hast du die Zelle gesehen? Ja, die ist unten zum Club gegangen. Da bist du ja. Die Zelle habe ich schon überall besucht. Ja, zumindest bin ich jetzt da. Jetzt ist das Fälle gesehen. Und diese Zelle hat dich gut von mir gekauft. Ja, jetzt ist... Vielen Dank.